Was will man mehr als den Sound einer harten Stromgitarre im Hintergrund? Hey Leute, hier ist Aldemar mit Elderborn. Fangen wir an, das sah ganz nett aus, ich hab's schon schon lange gesehen, ich hab's noch nicht gespielt. Hack'n'Slay à la First Person. Was will man mehr? Los geht's. Und das begleitet mit fetter Metal-Musik. Hardrock. Alter, guck mal, die würden wahrscheinlich eine Xena essen. Okay, nehmen wir den hier. Elderborn. Hard normal, Elderborn. Hard as fuck. You can change later. Okay, machen wir Elderborn. Ich will jetzt, ich fühl mich sonst beleidigt, ich will jetzt das ändere. Elderborn. Altgeborener. We've been told legends of the day that the sky has fallen. The world filled with death and despair, as the land of our ancestors turned to ash. But the tribes, we survived. At the center of all destruction, a mighty city rose in the desert, Yur-Mum, feeding off the strange power flowing from the never-ending tempest above. It remained unconquered. It remained unconquered. Yur-Mum and its golden army was the bane of the realm for ages. The tribes, toiled in its shadow, bound in its relentless grip, enslaved and oppressed, until a warlord came. We united our tribes and led them against the city. His name was Yianos, a hero, anointed by the elders, standing a giant among men. Yianos' warriors never returned, but the city fell silent. Sealed shut, dormant for centuries, closely guarding its mysteries and treasures. Our elders are the keepers of the past. They tell us the city holds a great prize, the very secret of eternal youth. They seek to possess that power. In every generation, a champion of the tribes is chosen by the elders. With their blessing, they are set on a holy pilgrimage to explore the city. The champion is decided, in trial by combat. I've mastered my brothers and sisters. In this generation, the holy quest is mine. Leaving the familiar desert sands behind me, I enter the forbidden caves. This is the only remaining way to the sealed-off city. No one returned from the pilgrimage. Yet, there is no fear in my heart as I stare into the darkness. My weapon, I step into the shadows. And the shadows come alive. Alter, ja. Alle 10 Jahre nur Generation oder Decade. Und dann noch trial by combat. Und dann noch in diese... Und dann erst in diese Ebenen hier rein, ey. Geil, ich bin gespannt. Ich hoffe immer auf ein Spiel, das ist wie Dark Messiah. Might and Magic. Aber wir werden sehen. Ja, das ist erstmal so ein Angespiel, damit ihr wisst, wie viele Folgen ich mache. Bleibt offen. Los geht's. Okay, können wir treten oder so? Oh, treten können wir. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Oh, guck mal, da kommt doch bestimmt... Ach, guck mal, hier ist ein... Guck mal, fängt direkt schon gut an. Ich hab's gesehen. Okay, alles klar. Hold E to interact with objects. Ja, das ist ja nicht so schwer wahrscheinlich. Aber jetzt kann ich auch wahrscheinlich nicht drücken. Ah, da. Bisschen hart viel... Äh, Ding ist activated. Eto for a safe progress. A Fontaine. Okay, hier. Oh. Der ist ja weit gekommen. Das war wahrscheinlich der, äh, vorletzte. Der vor mir. Der Fontaine is activated now. Okay. Kann ich hier irgendwas finden? Oh, tatsächlich. Dankeschön. Blaues Leuchten, was auch immer es bringt. Es füllt irgendwas auf? Left shift dash. Nee, nee, okay. Dash is okay. Ah, okay. Vielleicht nicht diese Animation. Achso, müssen wir vielleicht... Haha! Da steht einer. Hallo, kleiner Mann. Heavy tech, okay. Ah, sehr schön. Ich hoffe, ich kann hier noch Körperteile abschlagen. Das ist das A und O. Ja? Oder sie... Äh, äh, wir müssen mal spielen. Dark Messiah of Might and Magic. Geil. Alter, das war ein Gemetzel. Hier, Seth. Oh shit, was ist denn jetzt passiert? Achso, dann spawnen alle Gegner wieder. Das kenne ich auch irgendwoher. Das sieht schon mal nicht so teuer aus, das Kämpfen. Aber es kann sich ja nur ändern. Oh, scheiße! Nix, ja, Freundchen! Sehr schön. Kann ich das benutzen? Aber da ist noch einer. Weil ich hoffe immer, dass es cool ist, wenn man sich entscheiden kann, aus welcher Richtung man schlägt. Und dieses immer nur einmal klicken und dann macht er seine Schlagfolgen, finde ich halt nach einer Zeit sehr langweilig. Bequoise Key. Okay, alles klar. Äh, F to kick enemies. Ja, was haben wir schon gemacht? Hahaha! Oh man, so viel Knochen, alter! Tap to kick through your enemy defenses. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ich bin genau unser Entsch... Okay, alles klar. Gut. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Okay, der ist auch hinüber. Jetzt ist der da. Oh, was hat der denn für eine seltsame Reichweite? Ah, guck mal, hier ist der Schlüssel. Okay. Äh... Ah, okay. Spring geht auch. Ah. So, das muss man natürlich holen. Ich kann auch blocken, aber irgendwie. Genau, trifft man das eigenen. Die arme Waffe. Ich kann hier nichts nehmen. Na gut. Das might be useful. Also, heal yourself with an immunosier. Okay. Oh, geil. Gibt jetzt schon Drogen hier. Okay. Das ist nix. Reet. Interessant. Ah. Wollt töten. Als wenn ich hier nicht aufstehen würde. Was haben wir denn für Pickel? Oh, scheiße. Ach, das gibt's ja nicht. Geht doch. Level up. Tap to level up. Okay. Ähm. Charge. Rip. End tear. Hold E to fallen foe and rips his head off. Then throw it. Oh, ja. Das will ich haben. Hold E. Ja. Might. Äh. Habe ich das schon? Hold E to fallen foes? Es geht nicht. Ah, da. Das muss ich aufladen, glaube ich. Bin mir sicher. Ich ja. Wow, shit. Was war das denn jetzt? Ja. Ihr seid so blöd. Hey, Leute. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich hab jetzt keine Zeit hier. So. Der nächste bitte. Oh, scheiße. Das hat gesessen. Oh, ich trottel. So viel dazu. Ich glaube, ich muss den lieber töten. Alter. Was bist du nächsten von? Ah, das ist ein bisschen Dark Souls hier. Oh, na toll. Zu dir muss ich hin. Oh, shit. Bin ich runtergefallen. Ist natürlich hohl. Aber die Türen sind dann wieder auf. Ja, also können wir da ein bisschen abkürzen. Cool, dass die Seelen auch dann hier oben bleiben, oder? Ich kann bestimmt irgendwas machen mit meinen Punkten. Äh, Hote. Äh, Hote. The mysterious Talisman. You have seen one by the elders of the tribes. Three beautiful crafted small vessels. Use is left. Achso, ich kann die irgendwie benutzen. Was war das nochmal? Er? Achso. Da haben sie doch. Okay. 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 Aua. Toll. Toll, ich lasse mich jedes Mal treffen. Das gibt's doch nicht. Au. Ach, schlecht. Aber die, ey, cool. Aber die, ey, cool. Scheiße, scheiße. Scheiße. Okay, hier ist gut. Okay, so viel dazu. Na gut. Es hat einen guten Ansatz, das Spiel. Aber... Sollten mal mehr Blocken üben. Üben jetzt mal blocken. Ich glaube, das geht aber auch nicht immer. Ach, scheiße, zu spät. Nur der fernkampft der immer. Hehehe. Und die dazu? Okay. Geht doch. Okay, die haben wir. Da ist das. Gehen aber erstmal hier oben lang. Also, was hat mich der jetzt getroffen? Schade, Körperteil abschlagen, wäre so schön gewesen. Entscheidend aus welcher Richtung man schlägt. Ich zeig euch das mal bei Dark Messiah. Da werdet ihr sehen, was ich meine. Spiele von damals echt. Ich sollte einfach mehr aufpassen, hier. Wer wirft denn da auf mich noch? Toll. Wir schaffen das noch. Ich hab doch irgendeine Spiele... Warte, ich muss mal kurz was gucken. Controls. Ja, schön. Customized Controls. T. Turnaround. Jump interact. E. Use ceiling player. Das haben wir ja. Kick. Attack move right. Dash. Alpha 2, Alpha 1. Hä? Da ist nix. Cool. Turnaround ist ne gute Idee. Okay. Hey. 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 Ich bin nicht mehr. Nein! 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 Ja, schön. So, jetzt haben wir die nochmal. Ich hab geblockt. Okay, soviel dazu. Dumm. Bom, bom, bom. Nix da. Irgendwas hat mich schon wieder getroffen. Oh, endlich! Er hat seinen Kopf verloren. Geht doch! Oh, jetzt wurde es aber mal Zeit hier. Warum passiert das auf einmal? Nix da, ich kenn deine Natur. So, Freundchen. So, langsam werd ich hier mit warm hier. Okay. Was gibt's denn hier? Zwei Attacken. Ich mach zwei Attacken. Darauf komm ich nicht klar. Okay, alles klar. Wuhu, das haben wir. Cool. Willst du den mal sehen? Gerade, ich dachte ich kann seinen Angriff unterbrechen, indem ich hier... Ich dachte, ich kann irgendwie hier... You're lacking his form of power. Okay. Na toll. Die müssen zuerst da weg. Ah, dieser Sack da hinten? Was? Oh, schade. Boah. Ich hasse euch. Na, seit wann schlagen die denn? Oh, jetzt kann ich mich doch direkt wieder heilen, ey. Ich fang sehr gut an. Ha ha ha! Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Oh! Nochmal. Mach's gut, du Lutscher. Der blöden Speerwerfer. Die nerven halt. Au. Der blöden Speerwerfer. Die nerven halt. Schena. Schlapp. Dann einfach. Line. Dann einfach mal entspannen. Penner, Penner! Das gibt's doch nicht! Ah, ich kann dashen dabei. Ich kann vorwärts brechen dabei, das ist cool. Oh Mann, jetzt wird's aber... Jetzt, also bitte! Hallo! Arsch! Okay, okay. Was macht denn das Resilience? Komm, wir pushen erst mal. So, aber... Ich weiß noch nicht, wie weit ich pushe, aber ich würde mal sagen, das ist mein guter Stand, Leute! Das ist Eldermorn! Mal gucken, wie gut das bei euch ankommt. Ja, es geht, also... Äh... Ja... Ja, doch, schon. Ist besser, als ich am Anfang gedacht hatte. Aber... Wollt ihr mehr davon sehen? Bitte euren Senf in die Kommentare. Das ist mein Angespielt. Und bis dahin wie immer, Leute! Haut rein! Denn ihr seid die Besten! Und bis zum nächsten Mal! Und bis zum nächsten Mal! Und bis zum nächsten Mal!